So, eine mittlere Anbaupflanze für größere Pflanzen benötigt Planken noch recht. Wir könnten vielleicht so eine Palme anbauen, dann haben wir auch ein wenig Planken. Nein, ich glaube, da baust du die große. Haben wir die noch nicht? Doch, aber die ist so teuer, da brauchst du einen Bolzen und ich weiß nicht, wie wir den Bolzen freischalten im Moment. Der Bolzen wird noch dauern. Ich schau mal, was wir brauchen für den Bolzen. Hast du bitte eine Insel, eine kleine vor uns? Ja, auf die habe ich hier schon vorgenommen. Ah, oh, Bolzen kann ich schon lernen, okay? Jemand hat eine Metallplatte gelernt. Alex, wenn du was reinhaust, du musst doch immer auf Lernen klicken, auf die ganzen Sachen. Habe ich eh? Ach so, auf die Sachen muss ich dann lernen klicken. Genau. Es reicht nicht mehr oben, einfach nur forschen. Genau. Du musst das reinwerfen, forschen und dann musst du noch auf Lernen klicken. Okay, na, früher war das oben einfach nur forschen und dann hast du die Rezepte freigeschalten, was damit gepunkten waren. Okay. Eine Metallbahn würden wir brauchen. Ja, das ist die, was ich gefunden habe. Ich glaube, ich habe... Ich glaube, eine habe ich noch. Ja, eine habe ich noch. Hast du eine Metallbahn gefunden? Ja. Also ich habe mehrere gefunden, aber ich habe die weggeholt. Eine habe ich noch im Lager, also erst gefunden. Okay. Scharnier. Ähm. Wie kriegen wir dann aber Metallbahn her? Frage ich mich. Wir kommen halt nicht auf die Insel, weil der Wind genau in die Gegengesetzrichtung geht. Ein Kamin. Ich frage nicht. Das ist, glaube ich, alles nur Einrichtungsgegenstände, oder? Das macht nix. Ja. Wie kann ich eine Metallbahn herstellen, frage ich mich. Wahrscheinlich dann in so einen Ofen. Wir können auch jetzt schon einen besseren Grill machen. So einen Topf. Es gibt ja dann auch unviel unten. Und dann mehr kann man auch erkunden, dann. Es gibt so Riffe und so. Ja, ich weiß. Uh, cool. Das Spiel ist richtig cool. Aber trotzdem gebe ich es halt zurück. Das sieht bei mir leider nicht mehr aus. Ich bin schon über das Spiel zu tun. Ich habe halt ein Metallerz, aber da muss man halt... Aber das reicht halt nicht. Deine Maske ist so geil, oder? Danke. Oh, wir haben schon wieder keine Metallbank. Keine Bleistplanken. Okay, der Fisch passt da nicht drauf. Der rohe Lachs. Da braucht man ein großes Feuer, um den zu kochen, alles klar. Ja? Oh, da. Ah. Da ist nichts. Da ist nichts mehr. Aber ich habe das Gefühl, also wir müssen auf eine Insel oder ein wenig an Holz Wahr hat es gewessen Müssen wir es mal einer finden Ja, ich weiß Danke Bitte immer Wasser nachhauen, wenn ihr was rausnimmt Gesundheit Danke Gesundheit Ist der Dreck, der Dreck sei so aggressiv Aber wir können es sagen, oder wir haben einen Warzenschwein vernichtet Und ein Haar Und ein Haar, ja So Auf uns kommt wieder eine große Insel Kommt da eine große los? Ja Ja, ich bin ein Haar Ich bin ein Haar Ich wollte wissen, wo ich dir das wegnehmen kann, das wäre so lustig gewesen. Aber ich gehe trotzdem in die Richtung, weil ich gerne die großen Kisten dann noch mitnehmen, auf die du jetzt schon zielst. Aber da ist sogar irgend so ein Dörfchen, siehst du das? Ich meine, da will ich jetzt eh trotzdem nicht hin, aber siehst du das auf den... Oh, der Vogel ist halt trotzdem da. Oh, der Vogel ist geschissen. Oh, alle geschisse? Ja, ich habe es gewusst. Kann mich jemand holen? Oder bin ich... Oder tauche ich ganz unter? Boah. Jeder hüpft nicht dran. Ich kann mich ruhig nicht bewegen. Norbert ist... Norbert ist ein Profi. Er tut so, als würde ich rein springen. Könntest du mir wenigstens entgegenkommen Norbert? Wäre das möglich? Oh, der springt da ran. Ich meinte das Floß entge... Ja, das Floß. Was wirst du machen, wenn du auch am links bist? Danke, Alex. Der Heirand. Wo hilft er uns? So, ein Blick von der Insel. Warte. Also... Warte, ich komme da nicht drauf. Warte, warte, ich komme da nicht drauf. Warte, wieso komme ich da nicht drauf? Ich meine, ist der Vogel halt genau bei dem Haus wahrscheinlich, gell? Ja. Oh, leider. Also, Norbert, wenn du Bescheid weißt, mit diesen Dings hier kannst du das Segel bewegen. Ja. So, warte, jetzt hier. Ich wäre gerne auf der Großinsel gewesen, sage ich ehrlich. Na dann, gönn dir. Na, das schaffen wir nicht. Ein stationärer Anker. Wären wir einen Scharnier machen. Könnt man ihn zumindest lernen, aber dazu braucht man eine Metallbahn. So, ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen Lust zum Trinken. Was brauche ich denn für so einen Ofen? Haben wir schon ein bisschen freigeschalten? Ja, wir haben schon ein bisschen freigeschalten. Was für den? Wir haben doch nicht einmal eine Hand. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, na, jetzt habe ich mit dem Grill verwechselt jetzt. Wir müssen doch wirklich so Auffang-Dinger dann irgendwann. was wir kriegen. Die bleibt dann auch immer gut Loot hängen dann. Das stimmt, ja. Wir müssen dann jetzt noch mal schauen, dass wir dann generell unser Boot ein bisschen ausbauen. Weil es ist immer noch eine ziemliche... Was könnte ich denn da bauen? Eine Fundamentrüstung bietet zusätzlichen Schutz. Okay, bis deppa, da braucht man eine Uhr viel. Ich sehe schon, wie der Heidi ganz drauf wartet. Ah, wir können eine Schaufel bauen jetzt. Also zumindest... Oida. Ich bin immer weiter runtergedrückt. Bist du unter dem Boot, oder das? Ja. Aber manchmal ist das schon ein bisschen buggy, finde ich, gell? Was denn? Äh, der Haken. Manchmal geht der so drüber über die Sachen. Finde ich. Da drüber bist du, weil du zu weit geschossen hast dann. Na, ich meinte, wenn ich ihn anziehe, zum Beispiel. So, wir brauchen wieder was zum Fressen. Ich frage mich, ob man auch die ganze Zeit so beschäftigt ist, weil im Prinzip kommen wir nicht zu so viel. Alter. So, jetzt habe ich gerade den Anglaus gefangen gehabt. So, dann hast du jetzt auch einen Angl? Oder nicht der Angl? Äh. Da war gar keiner. Da war nie mehr, wenn du gebraucht bist aus dem... Oh, der war gar nicht. Oh, der war gar nicht. Oh, der war gar nicht mehr. Oh, das war gar nicht. Hier ist echt wichtig. Was kostet denn so ein Sammelnetz? Krass, wirst du so schnell das alles füllen können. Alex, was hast du heute gefüllt? Ähm, die, oder Norbert, die ganzen Beete sind schon letztes Jahr gegossen, wo ich es gemacht habe. Oder vielleicht hat der Regen das gemacht. Da hinten ist eine Insel? Ja. Oder? Ja. Warte, aber der baut zu. Achso, da wird das. Und die Reihe von Netze bauen da hinten. Aber du kannst eh zubauen. Baut die zu halt. Dann sind sie wenigstens vom Haar geschützt. Und nicht heuer. Ich frage mich das, geht das eigentlich trotzdem? Ja. Ohja. Es geht ja unterm Floß durch. Achso, stimmt. Okay. Und so ist das bisschen geschützt am wenigstens. Ich frage mich das, geht das eigentlich trotzdem? Gut, weiter kann ich nicht bauen, muss ich erst wieder sammeln. Ich kann noch ein bisschen was bauen. Ich glaube ich kann auch noch ein bisschen was bauen. Ja. Und dann haben wir dreimal. Wollen wir ihn mal ausbauen. Ja, da ist schon was. Ja, das schaut wenigstens nach einer normalen Insel aus. Und dort kann ich dann noch ein bisschen Holz hacken, zumindest. Ja. Ich finde, es ist auch so Schrott und sowas. Das ist halt urwenig. Na, Schrott habe ich urviel. Also urviel. Aber, brauchst du Nägel oder was? Ja, Nägel brauchen wir für diese Sammeldinger. Achso. So, soll ich welche bauen? Ich mache Nägel und die lege ich dann wo rein. Ich würde halt mehr für unsere Sammeldinger automatisch sammeln. So, Nägel sind in der Kiste. 20 Stück Nägel hast du in der Kiste jetzt. Ich glaube, was schaut er da noch an die Seile? Seile? Okay, gebe ich dir auch 14 Stück Seile aus in der Kiste. Jetzt willst du mal schauen, dass wir das Boot da irgendwie wieder halten. Ja, ich bleib da. Wir können zurückgehen. Ja, passt. Geh bei Blumen. Also geh bei Blumen und zu Norbert brauchst du nicht auf ihm. Die Straße, die brauchen wir nicht. Du schmeißt halt dann gleich wieder weg. Boah, ich bin urüberladen nicht mehr gleich. Aber es gibt eh nichts auf der Insel, glaube ich. Bevoll oder was? Oder geh ich langsamer, weil ich Hunger habe. Ja. Ah, okay. Kann auch möglich sein. Aber ich glaube, zuerst bin ich deswegen auch gar nicht überladen gewesen, sondern... Da musst du zuerst was essen, leider. Rote Blume sind da oben, rot-gelbe Blumen. Wassermelone? Wassermelone. Schwarze Blume brauchen wir dabei nicht. Ananas. Ja. Also ich habe jetzt ein bisschen Holz mitgenommen, aber sonst war's das wieder. Warte mal, ah, da gibt's auch noch Holz. Shit... Kann ich nicht? Ich strah auch noch vielleicht an Salen oder? Okay. Ha, Kraft an, seht ihr was? Ja. Ja. Okay. Ich habe übrigens eine Kokosnuss gefunden, da oben, und... aber die kann man anscheinend nicht anpflanzen mitnehmen kannst du es ja ja aber halt ihr müsst bitte immer gleich reparieren da wurde hankreift ich habe keine blanken sonst hätte ich sie gemacht aber blanken sind die netze also sucht uns da mal nach da nach hinten zu bringen nach rechts wenn das geht bitte dass du blank ja dann repariert bitte da die das da und kann man das wenn du kaputt machst du die ressourcen zurück nein glaube ich nicht das mittelteil der kaputt machen können und wir kriegen jetzt wieder ressourcen von dem her passier oder shit auch zeitlich die einfachen oder die stabileren standard halt standard ok es gibt stabilere die kosten zwei holz mehr und sind stabiler wir sind die zutritt wir sehen das in der prinzip der immer gleich sag ich mal weil ich würde diese reihe dann wenn wir damit mehr holz haben nur diese dinger machen damit die aufhangen jetzt weißt du ja ich seh das ich glaub dann gut je breiter wir werden umso mehr fangen wir dann auf genau ja so da zack 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 soll ufe seile nämlich das kostet acht seile also holzplanken sind echt ein problem wer hat die kokosnuss fertig kokosnuss wird die kokosnuss geklaut die kartoffeln bringen auch nicht viel nahrung irgendwie er ist halt nur kartoffeln was fehlt dir dafür blanken ok man möchte jetzt das ganze leben auf diese netze aber ist ganz cool eigentlich muss ich sagen wo kommt denn da ist keiner was wissen wir weil wir wahrscheinlich in der falsche richtung schwimmen oder so kann ich tue das mal einziehen soll uns der wind wählen wo wischen sollen oder ob sie noch irgendein holz aber da hinten gibt es versorgen das heißt genau in die richtung also am kleinsten wäre es glaube ich wenn wir überall hin das bauen würden rundherum ja ok da ist das feuer versiegt weil wir keine planken haben arbeit ja größte problem dabei war ich ex auf der insel holzacken wie kriegst du von seinem baum nicht viel nur drei vier stück ja dies zum reparieren wäre gut wenn irgendwer von euch holzplanken hätte zum reparieren aber ich würde auch holzplanken mal nehmen für eine angel erst reparieren dann angel bitte wenn wir sterben nutzt uns das nichts wenn das fluss kaputt ist und sonst was auch nichts arbeit fluss ist eh noch bald genug ja aber ist halt unnötig wenn du das wir haben genug zum essen aktuell noch also also hier ist die ganzen kartoffeln da von euch und dann und dann und dann okay weil wir keine mehr haben 1 2 3